Hi Leute und herzlich willkommen zu allen neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen letzten richtigen Handelstag in der Woche, sag ich mal, reingestartet in diesen Freitag. Momentan traden wir bei ungefähr 20.600, 20.700 US-Dollar. Wir hatten gestern nochmal einen kleinen Push in unserem Livestream, also herzlichen Dank dafür gestern nochmal für alle, die dabei waren. Hat echt Spaß gemacht und ging relativ schnell rum, meines Erachtens nach. Wir haben so viel durchgesprochen, also wer es noch nicht angeguckt hat, kann sich gerne den Livestream nochmal angucken. Ansonsten, wie gesagt, wir hatten gestern so einen kleinen Push nochmal nach oben, der jetzt erst einmal gestoppt wurde. Warum, wieso, weshalb, schauen wir uns im heutigen Video an. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und drückt auf die Glocke, wenn ihr auch noch eine Benachrichtigung dafür wollt. So, und jetzt eigentlich starten wir durch, wie gesagt, 20.600 US-Dollar, circa. Wir hatten sogar einen kleinen Push in die Region von 20.800 US-Dollar. Hier liegt der 200er SMA auf dem 4-Stunden-Chart. Jeder kennt ihn, der auf meinem Kanal des Öfteren aktiv ist, ist ein harter, harter Widerstand. Man sieht es hier, die lila Linie, seit Monaten im Endeffekt Widerstand. Wir sind kurz mal drüber gekommen, war aber nicht nachhaltig aufgrund des hohen RSI, also hatten auch keinen richtigen Retest mehr. Und jetzt sind wir genau wieder an diesem Widerstand angelangt. Wir hatten jetzt schon zwei Reaktionen, ein bisschen so nach unten gehabt. Wir haben jetzt auch noch das Golden Pocket direkt über uns. Wir haben also noch etwas Luft, bis in den Bereich der 21.300 bis knapp 21.800 US-Dollar. Das sind die Zonen, die meines Erachtens heute entscheiden werden könnten. Wir haben relativ sinkendes Volumen, was wir natürlich nicht sehen wollen, wieder in so einem Abtrend, den wir hier gebildet haben. Der RSI geht noch einigermaßen mit, befindet sich hier knapp bei 60. Also es geht noch, wir haben auf jeden Fall noch Luft, weshalb ich auch mir gut vorstellen kann, dass wir heute trotzdem in das Golden Pocket erst einmal reinkommen, also über den 200er SMA vorübergehend kommen, bis maximal 21.800. Hier oben wird sich dann entscheiden, wie hoch der RSI ist, wie sieht das Volumen aus. Und dann kann ich mir immer noch vorstellen, dass wir uns diese 18.500 US-Dollar holen. Diese Liquidität, die einfach hier unten liegt, ist einfach viel, viel zu verlockend, dass wir uns diese nicht abholen. Ihr müsst verstehen, da unten liegen eine Menge, Menge Longs, die eröffnet wurden. Sieht man an diesem krassen Volumen. Und mal als kleiner Hinweis, damals, wo wir unser Tief gebildet haben, bei 17.500 US-Dollar war das Volumen nicht gerade signifikant tiefer. Also ihr seht hier, da ist schon eine Menge Wind drin in dieser ganzen Formation. Deswegen gehe ich weiterhin davon aus, dass wir die 18.500 US-Dollar auf jeden Fall nochmal sehen können. Bitcoin kurzfristig auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir im Bereich der 21.800 US-Dollar noch vorstoßen, sollten wir das Golden Pocket durchbrechen. Das wäre dann so das Best-Case-Szenario, bevor wir dann die Trendwende vielleicht am Wochenende nochmal kriegen und dann übers Wochenende den Bereich von 18.500 US-Dollar anlaufen könnten. Je nachdem, was noch für News kommen. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir jetzt wirklich hier durchballern, bis in den Bereich der 23.000 US-Dollar und dann eine harte Reaktion nach unten hin sehen. Das sehe ich momentan ehrlich gesagt nicht. Für mich das Golden Pocket und das 0786er momentan die erste Variante, wo ich jetzt sagen würde, okay, hier möglicher Short-Entry dann auch für mich, wo ich dann natürlich in die Gruppe posten würde, wäre ein Risk von ungefähr 3,31%. Kann man auf jeden Fall machen, meines Erachtens nach. Ist kein größeres Risk, was man hier eingeht. 3% bei einem Dreierhebel sind 9-10% Verlust, kann man absolut eingehen. Und was hier oben halt auch noch liegt, ist der 200er EMA. Also wir haben nicht nur den SMA, wir haben auch den EMA, der sich in dieser Zone hier befindet. Das wird auf jeden Fall interessant. Hier kommen eine Menge Widerstände rein. Und was man auch dazu noch sagen muss, vor allem bei den Altcoins, werden wir jetzt mal darüber sprechen, haben wir ziemlich die gleichen Muster. Ethereum jetzt nicht, aber wir gucken uns noch ein paar andere Altcoins an. Vor allem, also Ethereum, einerseits wir haben den Downton gebrochen, hatten zwei schöne Volumen-Candles mit mäßigem Volumen. Wir haben aber davor, jetzt guckt euch mal die Candles an, wir haben zwei 4-Stunden-Candles mit ansteigendem Volumen, die deutlich, deutlich höher waren fast, als dieser Wig, den wir hier unten gebildet haben. Wir haben hier fast eine Doji. Heißt für mich trotzdem noch, dass wir uns diese Zone hier auf jeden Fall noch abholen. Deswegen bleibt dieses Muster auf jeden Fall noch bestehen. Was ich hier sehen möchte, dass wir uns hier eine kleine Korrektur in dem Bereich der 1.000 US-Dollar bis 980 US-Dollar auf jeden Fall noch holen. Diesen Wig ein bisschen hier unten rum konsolidieren und dann nächsten Abtrend versuchen. 200er SMA auch hier durchbrochen. Wir kommen jetzt hier in den 200er EMA auch noch als Widerstand. Ziehen mal ganz kurz das FIP-Level, ob wir hier irgendwelche Gemeinsamkeiten sehen. Da sehen wir, wir befinden uns momentan genau im Golden Pocket beziehungsweise darüber und dem 0786er. Hier sind wir Bitcoin auf jeden Fall schon ein bisschen voraus. Heißt aber nicht, dass wir auch den gleichen Weg dann nicht einschlagen könnten. Ethereum könnte jetzt ein bisschen minimal outperformen und wenn Bitcoin dann seine Korrektur einschlägt, heißt es auch für Ethereum, wir sehen auf jeden Fall die 1.000 US-Dollar. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Altcoins an, ob wir hier ungefähre Gemeinsamkeiten sehen. Auch XRP, gleiches Bild ungefähr, sehen wir auch hier 0786er, Golden Pocket genau dazwischen momentan. 200er SMA wurde durchbrochen, 200er EMA ist jetzt der erste Widerstand. So, jetzt auf den 4-Stunden-Chart, finde ich, sieht man jetzt nicht so wirklich, ob wir hier schon ein Korrektur-Level kriegen, aber auf den kleineren Timeframes. So, jetzt sind wir hier im 15-Minuten-Chart. Was wir hier sehen, ansteigendes Volumen, wurde mit dem letzten Hoch nicht abgeholt. Und weshalb auch hier die Chance noch besteht, wir sehen nochmal einen kleinen Push nach oben, holen uns diese Highs hier ab und kriegen dann erst die Trendwende nach unten. Würde bei Bitcoin dann halt auch bedeuten, okay, wir gehen bei Bitcoin noch ein bisschen höher, so wie wir es gerade eben besprochen haben. Heißt für die Altcoins nochmal ein letzter Push, um diese hoch hier abzuholen. Ihr seht die Wicks, da sind die Short-Positionen reingekommen in den Markt und da müssen wir dann natürlich darauf achten, okay, höheres Hoch, steigendes oder sinkendes Volumen, Bearish Divergence und dann können wir auch hier die Trendwende sehen. Deswegen lohnt sich der Blick auch mal auf den 15-Minuten-Chart, auf den 4-Stunden-Chart. Ist immer schön und gut, wenn man die Vergenzen erklärt, aber trotzdem, man sieht auf dem 15-Minuten-Chart einfach deutlich, deutlich mehr. Ob jetzt da irgendwelche Short-Positionen eröffnet wurden, ob Long-Positionen eröffnet wurden, sieht man einfach deutlich, deutlich besser. So, dann schauen wir uns noch, was haben wir noch gestern gesagt? Irgendwas im Stream haben wir uns noch angeguckt, wo es eigentlich perfekt gepasst hat. Algorand zum Beispiel. Gestern drüber gesprochen, im Livestream 200er SMA durchbrochen, lassen wir mal so bei stehen. 200er EMA, Momentan Rejection, Golden Pocket Rejection, 4 Stunden Supply Rejection. Wir haben hier auf jeden Fall noch Luft, minimal, um in den Bereich des Monats-Pivot bei ungefähr 0,341 zu kommen, bis zum 0,786er. Wir haben jetzt vorher schon mal so eine kleine Reaktion gesehen. Auch hier lohnt sich der Blick auf den 15-Minuten-Chart meines Erachtens nach. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwelche Key-Level zumindest finden, wo wir sagen, okay, hier ist eine Menge Volumen. Wir haben hier noch ein Hoch, was wir auf jeden Fall noch abgrasen könnten. Deswegen momentan warte ich hier noch auf einen Short-Entry, ich warte noch diesen Tag ab und hoffe dann, wir machen dieses Szenario mal ganz kurz weg, und hoffe dann ehrlich gesagt, dass wir dieses Szenario sehen, ein bisschen weiter höher, übers Golden Pocket, vielleicht über die Supply, bis in den Monthly-Pivot hier noch rein, um diese Hochs hier abzuholen mit diesem Volumen und dann wirklich die Trendwende nach unten hinzukriegen und dann in Richtung 0,30 US-Dollar-Cent wirklich zu laufen. Das kann ich mir jetzt momentan am besten vorstellen. Und ihr erkennt, die Muster sind fast bei allen Altcoins momentan wirklich gleich. Wir schauen jetzt noch mal kurz an, wie das Risk-Management hier wäre. Beispiel übers Letzte hoch, legen wir das jetzt einfach mal bis hoch zum Pivot, wären es 2,1%. Das ist wirklich nicht viel. Wer ein bisschen Nummer sicher gehen will, kann es dann auch über das 0,786er legen, dann wären wir hier bei 3,73%. Also auch hier die Short-Möglichkeiten bestehen auf jeden Fall. So, dann Polkadot, gleiches Spiel. Auch hier sind wir noch in einem Downtrend, ziehen auch hier mal ganz kurz das FIP-Level dazu. Von unserem High zu unserem Low. Und sehen auch hier, Golden Pocket 200er SMA liegt noch ein bisschen drüber, liegt beim 0,786er, kann noch runterkommen. Aber auch hier die 4-Stunden-Supply. Also ihr seht, die Struktur an sich ist fast überall gleich. Wir sind bei BTC kurz vorm Golden Pocket, am 200er SMA. Bei den Altcoins liegt der 200er SMA entweder genau im Golden Pocket, knapp da drüber. Aber wir haben überall das Golden Pocket, was jetzt im Laufe des Tages auf jeden Fall fällig werden wird. Plus eine 4-Stunden-Supply oder sogar höhere Supply-Zone, also Widerstandszone, die jetzt auf uns zukommen. Heißt für mich, wir haben auf jeden Fall das Potenzial am heutigen Tag noch ein bisschen nach oben hin zu pushen. Dann kommt es darauf an, wie hoch ist der RSI. Kriegen wir wirklich steigendes Volumen rein? Oder ist es einfach wieder nur so ein kleiner Volumen-Wick, der versucht hier Orders rauszukillen. Ansonsten sieht es für mich eher danach aus, okay, wir kriegen jetzt diesen letzten Push nochmal. Holen uns dann die Tiefs bei 18,5 und dann wird es sich wirklich entscheiden. Bilden wir von hier aus einen neuen Abtrend und kriegen dann wirklich eine neue Rallye bis 27k. Wie gesagt, ich schließe es weiterhin nicht aus. Soll es aber auch keine Moon-Prognose sein. Es gibt der Chart einfach her. Darüber sollten wir reden. Ansonsten gibt es wenig zu sagen. Gut, dann schauen wir uns auch ganz kurz die News an, wie das Krypto-Unternehmen Celsius-Netzwerk jetzt Konkurs anmeldet. Jo, Insolvenze ist angemeldet, habe ich gestern auch mitbekommen. Es gab schon die ersten Kommentare wie, ja, hat das Auswirkungen und so. Ich weiß nicht, ob das wirklich Auswirkungen hat. Wenn die ganzen Sachen, die sie noch haben, verkauft werden, möglicherweise. Die Frage ist, wie viel haben sie überhaupt noch und sowas. Aber gut, würde ich jetzt nicht zu News-Lasst-Sich-Alles-Sehen. Einfach auf dem Boden bleiben. Wir müssen gucken, was da passiert. Ansonsten, wer den Artikel gerne lesen möchte, schaut bei CryptoGuru vorbei. Link schicke ich euch wie immer in die Telegram-Gruppe. Und der Link zur Telegram-Gruppe ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten kann ich euch nur einen schönen Start ins Wochenende wünschen. Schönes, entspannendes Wochenende. Wetter soll ja ganz gut werden. Genießt es. Glotz nicht zu viel auf die Charts. Wir hören uns dann morgen früh zum Update-Video wieder. Bis dahin, lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Und bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto. Ciao. Abonniert den Kanal. Laagische euer Schritt. Und keine Zeitung von Ч jest für Sunflower accordingly.